Ristorante Ambiente, ein kleines Stück Toskana, mitten in Worms zwischen Andreas Stift und Dom. Seit Juni 2008 die neue Wormser Adresse zum Ausgehen, als stilvolle Mischung von Restaurant, Pizzeria, Kaffee und Lounge. Das Ambiente besticht durch eine einmalige und mediterrane Atmosphäre. In der Küche zaubern erfahrene Köche frisch zubereitete mediterrane Köstlichkeiten und ein aufmerksames Serviceteam lässt keine Wünsche offen. Fernab vom Straßenlärm lässt es sich bei einem Frühstück oder einer Tasse Kaffee und Kuchen entspannt genießen. Das Ambiente ist eine stilvolle Lokation in Worms mit einzigartigem Flair für Events und Gesellschaften bis zu 120 Personen. Kultur für Gourmets. Das Restauranttheater im Ambiente bietet regelmäßig musikalische und kulturelle Veranstaltungen. Ristorante Ambiente. La Dolce Vita. Das süße Leben in Worms. Täglich von 9 bis 24 Uhr geöffnet.